Hallo Deutschland! Ich wollte mich im Namen der Bundesregierung nochmal schön bedanken, dass ihr euch so schön verarschen lasst. Jedes Mal kommen wir mit allem möglichen durch, weil ihr zu feige seid etwas zu unternehmen und zu dämlich. Wir machen was wir wollen und wir lassen uns nur von den Amis etwas vorschreiben, weil wir zu schwach sind etwas selbst zu unternehmen. Aber gegen euch können wir jederzeit zu Felder rücken und euer Geld einkassieren. Vielen Dank! Geht mal ruhig weiterarbeiten und wählen. Wiedersehen! Schönen Tag noch!